Mann, 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 Mann. Das hatte ich vorhin auch. Ich dachte mir so, what the fuck, was ist das? Was wissen Sie? Ist das ein Ratsch? Meine Fight Me Bitch lebt noch. Ich nicht. Was sollte das? Ich wurde runtergeschleudert von denen und ich war an dieser komischen Brühe. Also an dieser, was der gespawnt hat. Diese Blitze. Ich guck mal, dass ich Pfeil krieg. Moment. Kann ich die mir nicht einfach mitnehmen? Ich glaub, die könnte ich mal eigentlich mitnehmen. Ey, wie stark einfach die Revengers sind. Dexter hast beim Bumsen, also sie ist grad zwar nicht da, aber sie hat beim Kampf ge- Oh, Mann. Gott. Weißt du? Nee. Alles gut. Sie hat beim Bumsen? Jetzt in die Mitte, in die Mitte. Ich will wissen, was sie beim Bumsen gemacht hat. Sie hat beim Bumsen gute Arbeit geleistet. Da ist noch eine Reaper-King. Äh, Reaper-Queen. Wir müssen uns um die irgendwie kümmern. Ähm, Meli, du brauchtest überhaupt nicht Rare Mushrooms zu suchen. Wir haben sie hier im Lager. Was? Wir haben Rare Mushrooms hier im Lager. Ich weiß. Achso. Das wäre ganz nett. Ich weiß. Wir haben ihn doch fast. Ich geh jetzt in den Nahkampf rein. Und dann stirbst du. Wetten? Nehme ich auch gleich in so einen Stapel, Meli. Das ist ein Ripp. Das ist ein Ripp-Patter. Das ist Fleisch. Wee, getötet. Noch mehr Fleisch. Huh. 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 Hallo. Ich bin zurück. Hallo. Ich bin Senkido leichter geworden. Ne. Hahaha. Hahaha. Hm. Hm. So. Ähm. Äh. Ich vergiss immer, wo er zu Hause ist. Ich fühl mich aber sonst am Ende nicht. Ich muss morgen wieder arbeiten, wenn wir fünf aufstehen. I am dying. Please send help. Okay. Ja. Bis, bis, bis dann. Ciao, ciao. 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 die Klima dann ab schrei sich wieder voll ja ja ich halte bis zum Ende die Pflege wow was ist denn das? ja, jetzt machst du das zu zweit Mann, wieso bin ich das? komm, ich mach das jetzt einmal ohne Kreative damit ich mich einfach sagen kann so, jo, ich hab's nicht mit Kreative hatte Hälfte Leben noch ich hatte vorher nur auf Leben gemacht also nicht auf Leben getrimmt das heißt ja noch tausend Leben und dann ein einziger Tentakel ja, wenn du dich voll erwischen bist ein bisschen platt das ist, äh die machen, äh, One-Hit-Kill das ist so zu bleiben das ist ungünstig, die direkt von vorne anzugreifen ja, deswegen war wahrscheinlich auch meine Rüstung dann kaputt ja, deswegen war wahrscheinlich auch meine Rüstung dann kaputt was haben wir denn hier? hm krass hm 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 die andere Frage ist, was hat die Katze gefressen, ey alter guck mal, der planeten schön wow, das hab ich jetzt nicht das will ich auch gar nicht sehen doch warte ich bis ich weg bin äh ich will nichts sagen, aber die Dinos hier ich glaub denen geht's nicht gut, die hier alle grad rumtrotteln was hat die alle noch neben? der Untermensch er lebt weiter was ist passiert? in der Galaxis es klingt so weird wenn ich das sag irgendwas hat irgendwas hat irgendwas hat ja apfel hilf mir ha 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 ok holz bin ich jetzt auf der island? ich hab ne Rollratte getötet aber oh jetzt muss ich den jetzt muss ich den den Bosskampf alleine machen dann mach die mir den mit mir nochmal mit dem riesen titan das nächste ist extension ja oh du Spino ey so otto otto unternehmen überlebenden herunterladen ähm warte mal bin ich jetzt äh ich weiß jetzt nicht warte mal ist das jetzt extension oder wo bin ich jetzt da oder jetzt spawn überlebenden ich bin jetzt irgendwo random irgendwo gespawnt wie komm ich hier raus? gar nicht youtube wie viele claims willst du da haben? cronk ja ist das so ein cronk meme geworden oder was? seit vorgestern seit vorgestern ne seit gestern glaub ich ich lass mich raten ich hab vergessen was wir jetzt hatten ich hab vergessen was wir jetzt hatten was denn? franks neiiiin mein chibi ist doch weg aber hier mein chibi ist auch weg ne wie ließtest du das da bei mir gerade? ähm ist das ein spoiler für mich? äh nö eigentlich nicht so was? lol der obersteer plus 15 level ne? der obersteer plus 15 level ne? alpha rock trail das heißt ich bin jetzt auch ich kann jetzt auf level 100 3 äh 22 jetzt steigen oder wie? ich auf 135 ja du ey wir haben jetzt schon 127 tage äh überlebt hier auf äh extension ne eine überlebt aberration der eine überleben auf den zimmer wo ich steh nicht mehr war da ist bereits Tag 1000 beupassen ich werde mich jetzt ausloggen und warte mal ich achso ja ich muss morgen wieder raus meli wir sehen uns ja morgen zum Glück ne? bis morgen hier sind übrigens noch die ganzen dinos was mach ich mit denen? die muss man jetzt irgendwie nach hause bringen und Hauptmenü ähm ich werde also haben wir jetzt den dritten gemacht ne? den schwersten oder? ja den alpha wieso machen wir nicht den grün? äh weil ich eigentlich wollte damit wir das maximale an Belohnung raus kriegen deswegen habe ich jetzt hier ja diese plus 15 äh weitere level toll ach so bitte ach so ... ach so Wir können den Kampf nicht noch mal machen, ne? Äh, doch, wir müssen den Kampf nicht noch mal machen, ne? Das wär voll cool, wenn wir das noch mal machen könnten. Echt deprimierend für mich. Und vor allem für die anderen auch, dass es nicht geschafft hat. Öh! Und ich hab's nicht mehr so viel zu sagen. Ein anderes Problem ist, wenn er das ausrufen würde. Mal wieder anrufen, ne? Na. Ich gebe ein Respekt, das ist voll traurig. Na. Ich gebe ein Respekt, das ist voll traurig. Na. Nein, doch. Ha. Na. 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 Na, na, na. Ja, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Moment, das ist ein Wasserfall. Ach du Scheiße, ich bin die ganze Zeit falsch lang geflogen. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich bin da, wo wir wohin waren. Wo sind das überhaupt? Oh. Oh. Oh, jetzt müssen wir noch mal die Artefakte holen. Ja, und das ist dann so, was da was angebildet ist. Äh, kann ich ja dann machen. Dann gebe ich die Empfehlung, mach irgendwas, was vielleicht noch rauskommt, weil ich hab nicht mehr rausgekommen. Oder gleich einfach, äh... Reinschieben. Denkst du, ja, also Spectator-Mod anmachen. Oh mein Gott. Ist das nicht eine Möglichkeit? Nein, es ist ja. Ich fühle mich meine Schilder nicht mehr so wie vorher. Aber hey, das war für ein Vorteil, wenn ich das war. So, guck mal, was ich wiederbringe. So, guck mal, was ist das? Oh so. Ich habe einen Nameless getiltet. Ich staute das da noch nicht. Weil du schaust. Ist kein Platz für dich, kommt mir woanders hin. Ich bin ein woanders da. Wie viele von euch kommen hier noch? Eins. Zwei. Ich renne lieber weg. Das ist das Beste, was ich machen kann. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dinos leben noch. Nein. Guck mal hier, was ich auch habe für dich. Floatail. Wenn es deiner war. Ja, ist meiner. Es ist allein schon am Level. Oh. Das ist ein Operation Raptor. Danke, Shane. Ich bin ein neuer. Also nochmal. Aktefakte. Hui. Aber das machen wir dann morgen wahrscheinlich, oder? Hast du überhaupt Lust dazu? Äh, ist das okay. Ich kann was gerne machen, ja. Aber morgen kann ich mich dann schon gefragt. Ja, dann morgen nicht. Morgen sind wir alle in Frankfurt. feld und dann mache ich jetzt aus müssen ich auch mehr schlafen war schicken die war nun okay ist jetzt ein bisschen doof im timing her was ist das denn irgendwas ich hab gas gefunden das ist aber schön was ist denn die saurie ach da lichter doch es fällt mir gerade ein dass ich keine dingsbums habe dann dann denken d d Den 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 Hä? Ja Das erinnert mich aber auch immer an Dick Fickers. Das war ne tolle Serie Die Serie hieß Dick Fickers Geh zum Strich Männchen Ja Ich weiss, aber es klingt trotzdem super klappt Ja, ich weiss Da scheiß ich gerade ein Schild um warum ich das Zimmer Ich bin auf dem besten Weg nach Hause, würde ich mal sagen Nein Das kann dir leider keiner beantworten Nein, danke schon Ich muss einfach in die Richtung rein Weil ich hab die Hälfte, weil ich hab die Hälfte voll das Headset abgenommen, weil ich mich hier konzentrieren muss Das Aber so wie ich gehört hab, habt ihr das hier besiegen können Ja Oh mein Gott, ich bin vorbei Floren Ich hab auch gefühlt einen Bosskampf nach dem anderen, da während ich mir das auch einen Bosskampf gemacht hab Ich fälle Pilze Ich fälle Pilze Mein Weg freizulegen Nebenbei Nebenbei erhol ich mich von meinem Flug Weil irgendwie ist ja alles dunkel Obwohl sie auch gleichzeitig hell ist Obwohl sie auch gleichzeitig hell ist Komische Tatsache, ich weiß Los Los Geh einfach nur nach oben Zurück nach Hause Nein Nein Nein, warum hab ich das jetzt gemacht? Ich hab die Taste verdrückt Scheiße Welche Taste? Ich hab grad einen Angriff gemacht, den ich nicht machen wollte Ich hab grad einen Angriff gemacht, den ich nicht machen wollte Jetzt muss ich das wieder die Angriffsleisten erfüllen, damit ich dann später nochmal das verwenden kann Wenn ich's auch brauche Ja So ist das halt, wenn man einen Angriff, der pflügt die Typen gedacht ist, auf ein Schildtyp anwendet Nein Ich muss fliegen Flieg 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 Oh, ich glaub ich bin da Da oben muss ich, oh mein hin Ja? Was? Äh, im Häuschen. In meinem Haus. Hast du denn immer noch die Tastodo ein Problem? Mhm. Ne, weil ich dieses in A die... Awww. David hat sich grad so fühlt, mich zu erschrecken, aber er hat mich schon so oft erschreckt, dass ich seine Tricks jetzt kenne. Naja. Gut. Hast du schon aufgehört? Ich sehe gerade. Ja, ja. Entschuldigung. Aber ich sehe gerade hier... Hey, hui, bla bla bla. Dein Chibi, oder? Das ist in dem Fall das Ding hier. Ja. Auf dem Weg nach Hause. Okay, ich bin aber weg, ne? Mach's gut. Wird euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Auf dem Weg nach Hause. Was hast du gesagt, Dennis? Ich warte kurz noch darauf, dass Bex wieder da ist. Und Nils natürlich. Naja, gerade auch rum. Eier. Ich glaub, er jütet sich grad durch die Lüfter. Ich hab vielleicht auch einen Kuss gemacht. Juhu. Juhu. Ich bin angekommen. Juhu. 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 Das weiß wenigstens wieder, wo wir wohnen. Juhu. 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 Warum peitscht du mich, du Domina? Juhu. 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 advisors einer直ung halbauer Menschen in Salaus. Schade. Krass々. Ich bin nur. Juhu. 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 P shipwana. Juhu. 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 Na gut, wenn alle raus sind, dann kann ich mir den Server vor dir auch zu machen. Na ja, ich gehe dann auch mal aus dem Skat raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Gleich mal jetzt. Tschüss. Tschüss. Hauptmonö!